ja hallo und herzlich willkommen zu einem neuen lpt ja und zwar mit mir dem darkness rp 17 ja ich habe den namen seit gestern geändert und ich kann den nicht mal merken ja es ist schön bei ihr zu sehen das machen wir jetzt bündchen ich würde mal sagen wir kennen die Krüger Kuh killen kann ich super Mann du haust ihn richtig gut rauf Kuh 5xp ja ich kann klettern das bringt auch so viel ab und auch wenn du willst kannst du diese komischen herzblumen hier einsammeln ich weiß wie was das gut ist ich gucke dein let's play was für ein Schwerz Junge ich guck's doch gar nicht ey ich kasse geht bei mir nicht ah ist es eher verdammt normal das muss ich noch ändern und das bringt so oder so nichts das ist einfach nur der Wiener äh ich glaube ich renne weg das grit an der Wind ich gucke bei mir wir greifen auf drei an auf au ah weißt du wie du gestorben bist Köln für die Aufmerksamkeit wenn wir sagen und mit dem Ton dann doch wohl ein wenig unterstellen Kölger um ich höre mich ein bisschen selber bei dir ja es ist ein bisschen wieder weg weißt du es muss jetzt unbedingt in der Aufnahme ändern es geht gar nicht die Tastenbelegung auch verdammt die machen wir gar nicht weißt du was kann sie gar nicht ändern und egal dann gewöhnt man sich ziemlich schnell dran Juhu 1xp du bist als Level 4 ja und ich bin verdammt ich kann sie sehen wegen dem Aufnahmen von und äh du bist der Level 1 ich kann mein eigenes Level auch nicht sehen weil meine Frames zu weit nach vorne gehen ich hab zu sagen 2 Frames Aufnahme Frames und 2 Frames ja ja und ein Live Frame also Video Frame und Aufnahme eben habe ich auch da stehen und und ich bin ich bin wo wir alle anderen Weg Warte Schau mal Alter er hat mich warte ach scheiße ich hab mit dem Charakter noch gar kein Hang Clider Scheiße ach du hast schon mehr Charakteren oh man bist du gut ja ich hab einen Level 151er noch das ist äh stimmt gar nicht hoch und weg wir folgen dem was Level 100er würdest mich verarschen Level 151 das geht sogar relativ einfach ich hab'n Freund der hat 2 von den Charakteren oh ey was seid ihr für Spinner Junge es geht sobald man mal er hoch genug vom Level her ist kann man Quests machen ohne Ende und dann kriegt man auch XP ohne Ende ja und das ist nächstmöglich ab Level 6 oder was genau ne ähm Rennen kann man hier nicht oder einfach nur zu einem auf W drücken ne okay da viel kannst du hier tausendmal rennen ah ich muss mich noch die Türe zu tun wo bist du bist du auf dem Berg äh ja ich bin auf dem Berg und du siehst mich noch auf der Map du Junge ja aber ich sehe nicht ob du auf dem Berg bist oder im Tunnel weil ich war gerade im Tunnel ach das bist du blöde egal ich komm hier ne ich komm schon äh wo man ähm was wollen wir tun oh man wieder runtergeflogen juhu ich seh dich bist es du ja ja oh hab ich schon gedacht ey jetzt kommt ein homo vor uns hier ne warte das bin ich gar nicht ne du bist ein ich bin hier auch der weather ist nice oh du bist runtergeflogen du bist ein Zwerch juhu juhu tüttlü ich seh auch nicht besser aus Junge das hat man so nie gesehen das hat man so nie gesehen ein Zauberer als Frosch ähm können wir da angreifen ja ja aufsammeln aufsammeln eine Laterne draußen ich brauche doch keine Laterne ich brauche doch keine Laterne ne Junge es ist erst Viertel nach drei oh du hast ein Supermove schon ähm boah erst 50 xp äh 50 xp für den nächsten Level ja ich brauche 180 und hab erst 81 ja das ist ja locker Junge hehehe hui mann die können wir nicht töten ich wette mit dir die hätten wir uns so ins Bett die brauche ich die Dinger hier warte vielleicht habe ich für dich Ding ähm ich hab golden bracelet und irgend so ein Ding Wood Woodband plus eins aber oder warte die kannst du gar nicht tragen ich schau mal ob ich hier ich geb dir mal meine ganzen Sachen für Magier die ich bei mir noch damit mir noch rum trage ok danke warte ich hab noch mehr Zeug hier hab ich noch Zeug ich hör mich echt irgendwie ein Echo bei dir hm hm komisch hm hm Power crit das ist ja genau das gleiche Damage train ich nicht ganz blöde Bild im Kopf äh Damage weiß nicht ich geh mal weiter weg vom Mikro vielleicht ist das Headset zu undicht in dem Fall ach so ja kann sein das kann alles kann sein weil ich halt direkt vom Mikro sitze ja ich auch ja aber ich meine halt wirklich direkt vom Mikro direkt ne höre mich immer noch selber aber ist irgendwie es kann auch nicht vielleicht vielleicht ist es auch Teamspeak weil Flo hatte gestern das Problem nicht nicht hm guck mal los so wir müssen hier mal Scrobbian dann kann ich mir irgendwas craften wie in Minecraft man hier um die ich geh mit meiner Latte an ne oh verdammt nein wo bist du du hast doch irgendwie Schnautbeetles angegriffen nee ich wollte nur kuscheln ich wollte doch nur kuscheln nee Schnautbeetles sind böse das musst du dir merken das wüsste ich eigentlich aber hier wir gehen finde ich warte Alter ich muss mein Mikro mal kurz anders rücken ok dann kommt ein Mikro an was aber lass mich in Ruhe komm nicht wieder wir gehen jetzt mal in die Stadt würde ich sagen wo ist denn die Stadt Junge äh hier lang folgen mir einfach ja äh ich find ich auch irgendwie komisch die können rennen und rennen und rennen und rennen diese Dinger hier die wir werden nie müde ja du rennst in dem Spiel auch die größte äh die größte die größte Zeit genau gut Deutsch ähm die meiste Zeit rennen äh man komm her komm her komm her komm her komm her jetzt muss ich echt ähm mal ein Dingens was jetzt mal kurz was irgendwie auf Wassermagier wechseln denn naja ja dann geh mal auf x x x und jetzt und jetzt auf das zweite achso und dann lernen das kann man auch so machen ok gut ich glaube man kann es nur so machen ich dachte irgendwie nach der Stadt oder so ging ging das ne ne erst wenn du schon was das gilt hast warte setzt mal was ein ok ich sehe hier so spin bist du gehalten das ist das ist echt cool jetzt kann ich dich heilen junge ha 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 jetzt brauche ich keine Tränke mehr wer weiß what the blau ich heilte sie zurück ha 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 hat super funktioniert dann hat der ich hab dich immer geheilt ich hab dich geheilt junge ja aber der Typ hat eine Special Attack ausgepackt dann hat der mir ein Crit gegeben warte lauf zu mir lauf zu mir ja ich renne ja schon mit einer blöde Arnie rum äh wie lange geht eigentlich die Folge schon weißt du das keine Ahnung nein komm doch eh lass doch stehen ich muss den Goblin doch erwischen rennt zu mir ja ist gut oder ja den Fokus im einen haben so ist wenn ich mich mal kurz halten junge du brauchst gar keine Haltrenke mehr man aber warte wir sind auch so da so in der Stadt äh ich hab irgendwo gesehen ja genau auf der Karte sind wir jetzt ein Inder geht mal wohin und ein Inder weißt du was ich pack jetzt mal mein Ding aus der Hose weißt du ha 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 äh verdammt ich glaube ich habe keine Kürbis äh keine Kürbis und keine Ananas Weizen kann man ja oder was das ist nicht ernten Ananas aber die hat irgendwer schon geerntet Nein ich zeig grad nicht auf mich ne ich zeig grad wirklich nicht auf mich ne ich zeig grad wirkisch nicht auf mich h wo bist du oh verdammt nein brich nicht ab scheiße ah okay es könnte sein dass irgendwie ein bisschen Asynchon die Aufnahme ist aber ich bin wieder auf eine Alt-Taste gekommen und jetzt bin ich hier irgendwo in einem Haus keine Ahnung was äh was gibt's denn hier so schönes you can rest in our 6 ach so gut, dankeschön können wir ansonsten auch irgendwas noch machen? nö ja dann geh mal schlafen hier oben ja ein bisschen Heilung, tschede gut ja eben mit dem vollen Kopf ja ja ich finde das echt geil wie die schlafen weil ich schlafe auch immer so ich drücke immer voll mein Gesicht ins Kissen rein äh geh mal weg Junge geh mal weg was muss man denn drücken um da raus ah einfach nur laufen, okay gut ah Wasser ähm und das als Frosch bin ich blöde finde ich hier nicht mehr raus ach hier geht's raus, gut ich bin, hopp man geht's raus, okay du bist, du weißt nicht wo ich bin doch im Brunnen irgendwo nein ja weißt ja du brauchst keine Heilung du brauchst keine Heilung gut sind es ist der Kinobeer jetzt greif mal etwas an, das ganz gef... gefährliche ja die können mich angreifen ja, aber sind orange aber ist ja lieb ja, aber hier ist das Tierbezirk in der Stadt das Haustier der Haustierbezirk Juhu, ich heile das Schaf laber ist nicht rum und komm mit ne, laber doch und komm mit so, wie gesagt Katze, Katze, Katze Katze so, entweder wir folgen jetzt ganz dem nicht den Weg und laufen wieder in die Stadt rein nö oder wir müssen jetzt noch ein bisschen skillen, vor allem ich als Mage ich hab noch gar nichts Mage geht aber schneller, vor allem wenn man zusammen vamos äh oh man ich kann nicht mehr einbauen ich kann ja sonst disappears und du bist ja eh eh immer ersten Front Und wie macht man das Inventar, aber ich will jetzt craften, craften, i. Achso, da musst du an ein Lagerfeuer ran, wenn du craften willst. Okay, gut. Ne, man kann auch sonst, man kann ja auch sonst irgendwie craften, habe ich mitbekommen. Echt? Ja, glaube ich mit C, genau, C. Mach mal C, Junge. Achso, genau, stimmt, oder was, so kann man unterwegs craften. Aber essen kann man dann trotzdem nicht craften. Doch, die Anna, die Ananas-Scheiben kann man schon craften. Ähm, willst du etwa 20 oder so? Oh, verdammt, scheiße. What? What the fuck, hey. What the fuck, hey. Untertitelung des ZDF, 2020